Ich grüße dich ganz herzlich zu diesem neuen Kraftwerk. Bei meinem Besuch in Jerusalem wollte ich unbedingt das American Colony House anschauen. Ein kleines Luxushotel im Ost-Jerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah. Dieser palastartige Komplex wurde von Christen gekauft, messianischen Juden und Christen, die der Rechtsanwalt Horatio Spafford und seine Frau Anna gegründet hatten, um in Frieden in der heiligen Stadt zu leben und Menschen, die in Not geraten waren, zu helfen. Und hier in diesem Hotel findet sich die handgeschriebene Zeile eines Liedes, es hängt dort an der Wand, die zu einer der beliebtesten christlichen Hymnen der ganzen Welt geworden ist. 1873 waren die Kinder von Spafford bei einem Schiffsunglück gestorben. Nur Anna, seine Frau, konnte gerettet werden. Und in dieser Zeit schrieb Horatio Spafford die Worte, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürmer, auch Drohnen von fern, meine Herze im Glauben, doch alle Zeit singt, mehr ist wohl, mehr ist wohl in dem Herrn. Wie kann ein Mensch, der alles verloren hat, solche wunderbaren Worte schreiben? In Epheser 1, die Verse 11 und 12 sagt das Wort Gottes, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Gott hat einen Plan. Er ist wie der Dirigent eines Sinfonieorchesters, der alle Instrumente zusammenspielen lässt, um so ein Hörgenuss zu erreichen, der alles wirkt. So heißt es hier in dieser Bibelstelle, Energeo, die Energie, die alles in Fluss bringt, darin hält und am Ende das Ziel erreicht. Er ist es, der alles wirkt. Und ich will Dir diese Verheißung Gottes heute zeigen, die in Römer 8, Vers 28 steht, wo es heißt, wir wissen aber, dass den, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Deshalb soll und darf deine Festlegung lauten, ich will Gott auch in den schwierigen Zeiten vertrauen. Wir alle kennen den biblischen Josef, der mit dem Pharao am Ende zusammenarbeitete. Ganz am Schluss seines Lebens machen alle seine Leiterfahrungen plötzlich Sinn. Und er konnte sogar seinen Brüdern sagen, so lesen wir das in 1. Mose 50, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Aber Gott, aber Gott, das ist der Satz, aber Gott, gedacht es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Kannst du über dein Leben dasselbe Fazit ziehen? Es tut mir leid, wenn du in deinem Leben durch Leitphasen gehen musstest. Aber wenn mich die Josef-Geschichte eine Wahrheit lehrt, dann die. Wir haben eine Wahl. Wir können entweder unsere Verletzung tragen oder wir tragen unsere Hoffnung. Die entscheidende Weichenstellung lautet, aber Gott. Menschen erzählen mir, die Firma musste geschlossen werden. Aber Gott war immer noch an meiner Seite. Der Krebs kam zurück, aber Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Meine Eltern wollten mich nicht, aber Gott hat mich nie verlassen. Im Tod von Jesus trat Gott den ultimativen Beweis an, dass selbst der Tod nicht das Ende bedeuten muss. Aber Gott erweckte Jesus von den Tod. Alles wird uns zum Besten dienen. Und wenn Gott alles sagt, meint er auch alles. Auch die Schwierigkeiten. Und das wird sich auch im Jahr 2024 nicht ändern. Der Herr wird mit dir gehen und es wird am Ende das Gute und Vollkommene sichtbar werden. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass Sie unser Kanal besuchen. Es ist unser Ziel, Ermutigung und Freude am Glauben weiterzugeben. Mit einer monatlichen Spende von 10 Euro helfen Sie uns, diese wertvolle Arbeit weiterzumachen. Gemeinsam für Gottes Reich. Gott segne Sie. Gott segne Sie.